Was ist Renalgenesis? Die renale Argenese ist ein Defekt, der früh in der Embryonalentwicklung auftritt und die Bildung einer oder beider Nieren verhindert. Mediziner sind sich der genauen Ursachen der Entstehung nicht sicher, obwohl chromosomale Anomalien und Rauchen, Trinken und Druckenkonsum bei Müttern eine bedeutende Rolle zu spielen scheinen. Die einseitige Nierenargenese, eine einzelne Nierenfehlstellung, ist häufig asymptomatisch und führt nicht zu schwerwiegenden medizinischen Komplikationen. Wenn beide Nieren in einem bilateralen Zustand fehlen, ist ein Überleben nach einem sehr frühen Säuglingsalter unwahrscheinlich. Ärzte verwenden normalerweise den Begriff Nierenargenese, um das völlige Fehlen einer Niere zu bezeichnen, obwohl er auch ein teilweise gebildetes oder nicht funktionierendes Organ beschreiben kann. Die unilaterale Variante ist ziemlich häufig und bleibt oft unentdeckt, bis ein Patient diagnostische bildgebende Tests für ein anderes medizinisches Problem erhält. Wenn Ärzte das Fehlen einer Niere bemerken, führen sie normalerweise eine Reihe von Tests durch, um sicherzustellen, dass das vorhandene Organ in der Lage ist, wesentliche Nierenfunktionen zu bewältigen. Solange die Niere gesund ist, kann sie Abfälle ausreichend filtern, die Aufnahme von Nährstoffen fördern und den Blutdruck ohne medizinische Intervention kontrollieren. Ein Patient, der an Blutdruckproblemen leidet, kann täglich Medikamente verschreiben, um Herzprobleme zu vermeiden. Kinder mit unilateraler Nierengenese können eine proteinarme Ernährung erhalten, um die Nieren zu entlasten. Durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen können die meisten Patienten einen gesunden, aktiven Lebensstil führen. Die meisten Feten, die an einer bilateralen Nierenfunktionsstörung leiden, überleben nicht bis zur Entbindung, und Säuglinge, die geboren werden, werden wahrscheinlich nicht länger als ein oder zwei Wochen leben. Die bilateralen Nierenargenese ist besonders verheerend, wenn sie mit anderen Komplikationen einhergeht, wie niedrigem Geburtsgewicht, angeborenen Herzfehlern und unterentwickelten Lungen. Für Ärzte ist es oft schwierig, eine bestimmte Ursache zu finden, obwohl Gentists grundlegende Probleme aufdecken können. Der Zustand wurde mit Mutationen in Verbindung gebracht, die zu einer zusätzlichen Kopie eines bestimmten Chromosoms führen, wie ZB dem Down-Syndrom. Darüber hinaus ist die Wahrscheinlichkeit, ein Kind mit einseitiger oder bilateraler Nierenfunktionsstörung zu bekommen, erhöht, wenn ein Elterteil oder beide Elterteile Nieren Probleme haben oder wenn die Mutter während der Schwangerschaft drucken oder Alkohol missbraucht. Wenn ein Baby mit beidseitiger Nierengenese geboren wird, wird es normalerweise auf ein mechanisches Beatmungsgerät gesetzt und erhält eine Ernährungssonde. Das Kreislaufsystem des Kindes kann stark beeinträchtigt werden und zu ungewöhnlich hohem oder niedrigem Blutdruck führen, der mit Medikamenten und chirurgischen Eingriffen kontrolliert werden muss. Ein Baby bleibt normalerweise mehrere Tage auf einem Beatmungsgerät und einem Dialysegerät, während die Überlebenswahrscheinlichkeit von Spezialisten bestimmt wird.